so und da sind jetzt wieder part 7 und frisch in einem turnier und smash und smash hat er bist du dumm geht doch wir müssen uns bald mal umkleiden mal gucken also macht es wirklich weil ihr spielt einfach dann schöne aufschläge und die schneiden dann da einfach immer rauf und dann könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen also dann macht ihr immer perfektes spiel und kassiert sie ist da einen perfekten satz und kassiert da wirklich viel also es ist nicht nur weil ich das schon mal gezockt habe das schafft man wirklich extrem gut also würde ich immer doppelturniere die gewinnt man eigentlich wirklich sehr häufig ja und ich spiele lieber hinten und immer auf dem körper spielen so jetzt habe ich den punkt wieder gut gemacht ich werde spielst ja schon noch mal hin danke so dann haben wir das jetzt hier wissen und dann sind wir im finale in so ein satellitentunnion ok der war nicht so gut und sie verkackt natürlich da oben wiki danke wie du mir hier gerade folgen mich runter machst du bist ja eine bitch jetzt baller dem doch da mal rüber ja klar ich soll den nehmen du hast doch keine hobbys leck mich doch oma ich muss das wieder reißen du bist so dumm ganz ehrlich man ja geh auf den platz wo du hingehörst aber wir du verkackst es ganz ehrlich ich bring dich um ja den kannst du nehmen hast du glück wie ich reflexe haben und sie kriegt es echt nicht hin wozu stehst du denn da hinten mann scheiß computer ich hasse es vorne zu stehen ich kann es gar nicht leiden ich mache hier wahrscheinlich gerade nicht die beste arbeit geht es war fehl sag ich doch meine fresse nur wegen dir haben jetzt knappe scheiß und so ein glück sind wir ins finale gekommen hier da sieht man es sind alles unechte spieler deswegen braucht er auch so lange zum laden woher kommst du vorne maus und t alles schon danke brauchen wir erst mal wahrscheinlich den ganzen part für dieses turnier und jetzt mensch doch drauf danke einfach nur auf den körper wiki bürgen och leute kommt ganz ehrlich dafür ist der da vorne da dass er die nimmt sie verkackt einfach spiel ich ja lieber männer doppel ja ach so ist ja die olle die wir abgezogen haben war da vorne ja du spielst jetzt eh darüber ist klar baller mir den in dein gesicht ist okay da hast du nämlich fünf minuten sitze ich schon in dem scheiß du mir danke weil jetzt stehe ich nämlich hinten beim match ball finde ich nämlich schön ich sehe ich dass es hier so eine ewig lange session wird ich schaffe es echt uns auszuspielen das ist echt peinlich danke echt sie ist ja eine scheißpartnerin ich will sie sofort wechseln ich brauche eine neue eigentlich bin ich qualifiziert ich brauche urlaub das geht ja gar nicht mit der eulen und sie sagt dann noch mal ich sollte mein können verbessern hat die irgendwie gelitten mal was für die fans tun zwei stellen ist besser als nichts keine sorge ich will das training nicht machen ne da mache ich jetzt einfach drei so oh oh mädel du sollst auch schon in die richtung schlagen die ich sage ne danke danke okay der war irgendwie müll ey ganz ehrlich leck mich ganz ehrlich ganz ehrlich hast du hast du gelitten danke ey das schaffe ich ja wieder nicht wegen der ist ja peinlich stelle ich den schwierigkeitsgrad schon runter hallo ich drücke wirklich extrem nach rechts und sie kriegt es nicht hin ey das ist ne und es reicht nicht mal für ein level ab ach du bist doch scheiße mach ich eben nochmal küken mach ich eben nochmal küken boah wie schnell das hier mit den fans geht finde ich voll krass so mit gedacht scheiße ja die qualifikation liebe daumen deren werden wir im nächsten part sehen also peace bis